A la carte. Ein Brettspiel von Karl-Heinz Schmiel mit Illustrationen von Jochen Eowig und Christoph Tisch. Für zwei bis vier Spieler ab acht Jahren. Dauer laut Hersteller 30 bis 45 Minuten. Erschienen bei Moskitospiele und Heidelberger Spieleverlag. Worum geht's? Die Haute Cuisine. Nur wenige erreichen deren Status. Wir versuchen als Köche, die nicht ganz ernstzunehmenden Gerichte zu kochen und uns Sterne zu sichern. Ganz einfach ist das aber nicht, da wir nicht wissen, ob uns einer unserer Mitköche die Suppe noch versalzen wird. Spielvorbereitung. Jeder erhält einen Herd, eine Pfanne auf den Herd, eine zufällig gezogene Kaffeetasse, die offen ausgelegt wird, ein Tablett für fertige Gerichte und einen Crêpe. Die 20 Gerichte nach Farben sortiert in der Tischmitte stapeln. Die vier Gewürzflaschen bereitstellen, je Flasche 15 Gewürze und 5 Salz. Die zwei spülen und den Müll neben die Gerichte platzieren. Kaffeetablett bereitlegen und die restlichen Tassen mit der grünen Seite darauf legen. Heizwürfel und Kochsterne in die Tischmitte legen. Ein Startspieler wird bestimmt, der die drei Kochlöffel bekommt. Reihum im Uhrzeigersinn wählt nun jeder ein Gericht und legt es in seine Pfanne. Spielablauf. Wer am Zug ist, hat drei Aktionen. Für jede Aktion wird ein Kochlöffel an den nächsten Spieler weitergegeben. Mögliche Aktionen sind Herdanheizen. Es wird mit dem Heizwürfel einmal gewürfelt und das Ergebnis ausgeführt. Würzen. Mit einem beliebigen Würzstreuer darf das Gericht einmal gewürzt werden. Zusätzlich darf man pro Zug eine Kaffeetasse einsetzen. Sobald ein Gericht fertig ist, korrekte Heizstufe und entsprechende Gewürze, wird es aufs Tablett gelegt und ein neues Gericht kommt in die Pfanne. Ist es perfekt gekocht, erhält man zusätzlich einen Kochstern. Sollte ein Gericht verbrannt oder verwürzt sein, kommt es in den Mülleimer und ein neues Gericht wird gewählt. Falls in einem Streuer nur noch Salz oder gar keine Gewürze mehr enthalten sind, wird dieser Streuer nachgefüllt. Statt eines Gerichts aus der Mitte darf man auch den Crepe zubereiten. Spielende. Das Spiel endet, sobald jemand kein neues Gericht in die Pfanne legen kann, jemand fünf fertige Gerichte gekocht hat oder jemand drei Sterne erworben hat. Wer drei Sterne erworben hat, gewinnt sofort. Ansonsten zählen alle ihre Siegpunkte und wer die meisten hat, gewinnt.